Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Ratgeber. Heute geht es um das DxSX Bettwäsche Set. Wenn du noch nicht genau weißt, ob diese luxuriöse Bettwäsche für dich die richtige Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Ratgeber sehr gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, um dir deine Kaufentscheidung bestenfalls noch zu vereinfachen. Außerdem werde ich dir auch das Amazon-Angebot zur Bettwäsche unten in der Videobeschreibung verlinken, damit du überhaupt weißt, wovon ich hier spreche. Lohnt es sich überhaupt ein bisschen mehr Geld für hochwertige Bettwäsche in die Hand zu nehmen, das fragst du dich wahrscheinlich an dieser Stelle und ich würde auf jeden Fall sagen ja, denn wir schlafen immerhin bis zu ein Drittel unserer kompletten Lebenszeit. Das muss man sich einmal vorstellen, das ist eigentlich Wahnsinn, weil kaum jemand darüber nachdenkt und deswegen bin ich der Ansicht, dass man beim Bettzeug am falschen Ende spart, wenn man hier wie ein Sparfuchs durch die Welt läuft. Ich bin der Ansicht, hier kann man sich auch mal hochwertige Bettwäsche gönnen, aber gar keine Frage, das soll jeder für sich selber beurteilen. Bei dieser Bettwäsche hier gefällt mir insbesondere das Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich gut. Ich bin der Ansicht, dass du hier qualitativ hochwertige Bettwäsche zu einem fairen Preis erwerben kannst. Der Preis ist vielleicht ein bisschen teurer als bei der herkömmlichen Bettwäsche, die du vielleicht so in einem Discounter oder so gekauft hättest, aber dafür gibt es in meinen Augen hier auch bessere Qualität und wie bereits am Anfang gesagt, genau darum geht es hier bei der ganzen Sache irgendwo schon. Und genau, also grundsätzlich solltest du dir die Frage stellen, möchtest du ein paar mehr Euro in die Hand nehmen für hochwertige Bettwäsche oder hast du da jetzt nicht so viel Lust drauf? Dementsprechend, ja, kannst du dir das ja aussuchen. Ich finde auch das Design sehr schick, auch die Optik spielt bei Bettwäsche häufig eine sehr große Rolle. Hierbei solltest du dich aber nicht zu sehr auf die Optik konzentrieren, weil die materielle Verarbeitung einfach viel wichtiger ist, weil wenn du schläfst, ist es ja eh dunkel, da sollte es vor allem angenehm kuschelig sein und jetzt nicht unbedingt super schön aussehen, aber wie bereits gesagt, auch die Optik spielt hier ohne Frage eine wichtige Rolle. Und ich finde, die stimmt bei dieser Bettwäsche auf jeden Fall, aber das ist natürlich eine reine Geschmackssache. Das Amazon-Angebot zur Bettwäsche werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Auf der Angebotsseite von Amazon kannst du dir sämtliche Produkteigenschaften noch einmal in Ruhe und Frieden anschauen. Außerdem wartet dort auch schon die eine oder andere Kundenrezension auf dich. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir süße Träume. Alles Gute, ciao!